Hallo, liebe Zuhörer. Schafft meines Podcasts, ich habe mir heute einen Gast in Pink, Pretty in Pink, eingeladen. Endlich mal auch ein schönes Gegenüber, nicht nur interessantes Gesprächsgegenüber. Darf ich da vorstellen, Anja Manken. Ja, wenn nichts bleibt, es bleibt, es ist wenigstens hübsch aussah. Vielleicht auch nicht so interessant, aber... Jetzt habe ich gesagt, was ich meinte. Du drehst mir jedes Mal die Worte im Mund um. Nein, Sherry, es ist alles gelohnt. Ja, du bist ja auch eine Queen und du möchtest gehuldigt werden. Ich kenne dich lange genug. Daniel! Ja, aber trotzdem immer, du kriegst am Ende eh immer, was du willst, auf eine sympathische und überzeugende Art. Meine Podcasts beginnen immer mit einer kleinen Lobeshymne auf meinen Gesprächspartner. Und für die Leute, die dich nicht kennen, du hast für mich die beste deutschsprachige Female-Rock-Platte gemacht, die viel zu wenig Beachtung erfahren hat. Du warst deiner Zeit weit voraus, du warst ein bisschen länger. Ja, du bist eine, also um beim Musikalischen kurz zu bleiben, du bist eine unwahrscheinlich versierte Sängerin mit von Heino bis Sascha, alles bedient. Jetzt sagte Heino als erstes, oh Gott. Nee, um die Bandbreite, okay, dann von Sascha bis Heino oder alles Mögliche abgedeckt, gecoacht bei den großen TV-Formaten etc. Und vor allem, du hast ein riesengroßes Herz, du hast eine wahnsinnig ansteckende Lache jedes Mal. Ja. Die einen, die auffrischt. Liebe Anja, wo bist du denn gerade? Ich bin auf dem Land. Auf dem Land? Ich bin auf dem Land, da bin ich auch nicht mit dem Zug hingekommen. Kleiner Insider. Mit dem Auto. Man kann auch mit dem Zug kommen, aber da muss man drei Kilometer so entweder zu Fuß oder Akkohol werden. Aber ich bin hier wirklich in der Provinz des Landkreises Cuxhaven. Neuerdings heißen wir hier Geestland. Ich bin in meinem Elternhaus jetzt wieder gelandet. Ah, okay, weil... Das ist zwischen Bremerhaven und Bremerförde. Ja. So richtig Land. Okay. Wo ich nie gedacht hätte, dass ich hier wieder hin zurückkehre, aber die Umstände sind halt so und dem habe ich mich ergeben und doch auch freudig ergeben. So. Okay. Weil du bei deiner Mutter bist und die schon ein bisschen älter ist. Genau. Ich habe noch einen ganz alten Bruder. Jetzt wirklich so. Du hast noch einen ganz alten Bruder? Ich habe einen ganz alten Bruder noch, ja. Ich dachte immer, du wärst zu einem verwöhnten Einzelkindgehörer und deswegen, ah, aber der ist so weit weg, dass du trotzdem Einzelkind bist quasi. Na ja, ich bin natürlich das Prinzessin gewesen. Mein Vater hat dann irgendwann nach ein paar Jahren gesagt, ach, so ein Mädchen wäre ja auch mal schön. Und dann bin ich halt gekommen. Dann läutete die Glocke im Himmel und ich sage, alles klar, ich volontiere, ich bin da. Okay, ich nehme den Job. Wie viel älter ist dein Bruder? Sechs Jahre. Also nicht so viel älter. Okay, ich dachte, du wärst jetzt so 15. Ja, aber meine Mutter war Spätgebärende. Also tatsächlich, also in der Zeit war das wirklich spätgebärend. Aber, ne, ist alles gut gegangen soweit. Okay, und der Raum, in dem du befindest, das ist auch so ein bisschen dein Musikzimmer oder dein kleines Studio? Das ist mein kleines Studio. Du bist ja eine sehr vielbeschäftigte Werbesängerin. Na, Werbung nicht immer, also Werbung gar nicht mehr so viel. Ich bin zwar jeden Tag irgendwie zu hören mit meinem größten Hit. Ja, singen, bitte für mich. Ich wollte dich danach fragen. Schön, dass du es selber dorthin führst. Weil das habe ich nämlich in einem Live-Konzert in Mannheim, das war mir vorher auch nicht bewusst. Und ich freue mich mit, ich werde ja, ich freue mich. Bei Thomas, ja, bei Thomas, ja. Ja, ich freue mich mittlerweile jedes Mal, wenn der Werbespot kommt. Ich freue mich, weil ich weiß, dass es du bist. Aber nur deswegen, weil alle anderen, also ich bin ja, ich habe immer gesagt, ich bin die meistgehasste Stimme, die meistgehasste Werbestimme, weil es so oft geschaltet wurde, dass es einfach nervt. Und wenn die Leute dann aber wissen, dass ich das brauche, dann sagen sie, oh, jetzt freue ich mich darüber. Wunderbar. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, heute für Sie live und ohne Netz, Anja Manken mit ihrem größten Werbe-Hit. Karglas repariert, Karglas tauscht das. Ein Gesicht dazu zu haben, ja, das wird mega. Okay, und du, wie hat sich denn das jetzt in der Situation, ah, du hast gerade gesagt, du machst gar nicht mehr so viel Werbung, deswegen, ich wollte jetzt eigentlich da nachhaken. Das ist gar nicht so viel mehr, nee, ich bin wirklich beschäftigt mit Schlagerchören. Schlager ist ja nur das Einzige, was richtig doll läuft hier in Deutschland. Das ist nun mal so, wenn ich in England wohnen würde, wäre ich wahrscheinlich wahnsinnig im Pop-Business, aber vor allen Dingen Schlager ist das, ist so mein täglich Brot. Okay, das heißt, Chöre arrangieren, Chöre aufnehmen. Ja. Ist es eigentlich immer noch, ich weiß nicht, ob meine Wahrnehmung da falsch ist, aber ich habe, in Bezug auf amerikanische Produktionen, da werden ja wirklich viele Chorsänger gebucht für eine Produktion, um ein Chor mit mehreren Stimmen zu singen. In Deutschland habe ich oft das Gefühl, dass eine Chorstimme alles erledigen muss. Also meistens machen wir es zu zweit, also Männlein, Weiblein. Und da bin ich mit meinem wirklich hochgeschätzten Kollegen Christoph Leisbendorf eben halt ganz oft zusammen, weil unsere Frequenzen, wir morfen uns irgendwie immer so zusammen. Das ist einfach, beim Chorgesang ist es ja wichtig, dass du nicht so rausstichst. Dass du nicht so eine Frequenz hast, die irgendwie gut hörbar ist. Du willst ja den Künstler nur unterstützen, du willst ja nicht hervorstechen. Und beim Chor, deswegen ist es immer wichtig, dass du ein gutes Team hast. Deswegen wird auch immer das gleiche Team von den Produzenten meistens gebucht, weil es einfach funktioniert. Und bei mir ist es eben halt Christoph. Und Christoph, ein fantastischer Sänger und toller Arrangeur. Also der hat mir weit, ist weit voraus, ich bete ihn an. Und da habe ich, von Christoph habe ich auch viel gelernt. Und ich bin ja irgendwie, ich habe, Schlager war nie, nie, never ever wollte ich irgendwas mit Schlager zu tun haben. Aber als Dienstleister ist es nun mal so, wenn du das machen willst und damit Geld verdienen willst, dann musst du auch Schlager singen. Das ist so. Und mittlerweile, und da sind auch viele Lieder, gerade wenn du Alben machst, viele Lieder dabei, die mich auch wirklich rühren. Und die sind meistens nicht die Singles, die ausgekoppelt werden, aber wo wirklich auch gute Musik dabei ist. Wo du denkst, oh, das ist jetzt, das ging jetzt aber ins Herz. Das passiert immer mal wieder. Immer mal wieder, nicht immer, aber immer mal wieder. Ja, so halt. Und wir machen in Deutschland, ich weiß nicht, ob das in Amerika, ob das immer noch so ist, dass viele singen. Es ist ja mal eine Budgetfrage. Ja, also zumindest war es mal so. Es war mal so, es war auch in Deutschland so. Also ich bin auch, ich kann mich noch gut an Studiosessions erinnern, wo wir irgendwie mit acht Leuten da standen. Vier Weiblein, vier Männern. Also, was weiß ich, für Roger Whittaker oder auch für Sascha, da waren wir irgendwie, da waren wir glaube ich auch sechs oder acht. So sechs ist immer so. Oder vier, dann waren es mal vier. Ja, vier ist ja schon super. Vier ist eh schon viel. Genau, und es passiert jetzt auch immer noch, dass wir bei Produzenten, die wirklich auch das sehr schätzen und wissen, was das für soundlich einfach ausmacht. Weil je mehr Stimmen du hast, umso choriger wird das Ganze natürlich. Du kannst natürlich pfeilsmäßig irgendwie, wir singen ja immer so vier Doppelungen ein und dann eben halt in, was weiß ich, in vier bis fünf verschiedenen Lagen eben halt. Aber die meisten Sachen machen wir zu zweit. Machen wir zu zweit, damit du einmal Männlein, einmal Weiblein irgendwie hast. Und da wir, also jetzt mit Christoph vor allen Dingen, also auch mit Billie King, der ja wahnsinnig viel zu tun hat, auch immer noch. Und ein ganz toller Sänger auch und Arrangeur ist. Aber wir sind immer, meistens mal arbeite ich mit Christoph zusammen. Der singt oft einfach vor, dann singe ich das nach oder leg noch mal eine Oktave oben drüber. Oder gibt noch mal eben halt meinen Senf dazu, noch mal eine Idee. Weil auch das hat sich natürlich durch Corona ins Studio zurückgezogen. Also normalerweise fahre ich da ins Studio und singe das mit ihm zusammen ein und da können wir dann auch Ideen zusammen entwickeln. Das hat sich jetzt verändert. Ich habe ihn schon ganz lange nicht mehr gesehen, aber wir haben schon ganz viel miteinander gesungen. Ich singe das vor oder er singt es vor und dann singt der jeweilige, doppelt das dann ab. Und dann wird es rüber geschickt zum Produzenten. Wahrscheinlich reden wir von Nuancen. Hast du das Gefühl, dass das Ergebnis in der Distanz bei der Arbeit, dass das Ergebnis anders ist? Sicherlich ist es anders. Einmal technisch gesehen waren wir sowieso schon darüber gegangen, dass wir nicht mehr in eins reingesungen haben, sondern mit dem halt der Produzent auch die Möglichkeit hat, den Mann zu pushen oder die Frau. Nicht räuspern. Das sage ich meinen Schülern immer. Jetzt musste ich aber das trotzdem mal kurz machen. Und mit zwei Mikrofonen eben halt aufnehmen. Nicht räuspern. Nicht räuspern. Okay, ja warum nicht? Weil du einfach deine Stimmbänder dadurch, sie haben Post, deine Stimmbänder dabei einfach negativ stimulierst. Ah, okay. Weil die in dem Moment aneinander reiben. So, und dann, ne, und oft ist es so, gerade morgens, denn wir sind jetzt ja am Morgen, wir sind früh am Morgen, naja, so früh auch nicht, aber noch nicht so viel gesprochen. Und da morgens, ne, vorm Schlafen und so, da hast du viel Trockenheit im Hals und der Körper produziert mehr Schleim. Gerade am Morgen, wo man dann öfter das Gefühl hat, oh, jetzt muss ich mich erstmal räuspern. Aber dann, der Effekt ist, dass er dann noch mehr Schleim produziert, um einfach die Stimmbänder wieder schön und alles drumherum schön zu befeuchten. Das ist wichtig und gut. Deswegen sage ich mal, den Schleim nicht weg räuspern, außer so ganz von unten. Na, so von unten kommend, so das einmal Flatsch, einmal das irgendwie, die Stimmbänder einmal kurz den Speichel abgeben oder es wegsprechen und wegsingen. Okay, ich muss jetzt spontan einen Expertenrat einholen. Ich habe, ich glaube, dass das, oder aufgrund meiner eigenen Recherche ist es schon ein paar Jahre her, aufgrund einer, ich sage jetzt mal, privaten Situation, wo mir, wo jemand mit mir so gesprochen hat und mich behandelt hat, dass mir tatsächlich die Spucke weg blieb. Also, ich weiß, ich hatte, ja, und mein Mund war, ich kann mich an das Gespräch wie heute erinnern, weil es nachhaltig war und entscheidend sozusagen. Und ich war so perplex, weiß ich, also ich weiß, ich habe das nicht bewusst wahrgenommen damals, aber reflektierend, dass mir komplett der Mund wirklich ausgetrocknet ist. Und ich seit dieser Zeit immer wieder Phasen oder Momente habe, wo mir der Mund wirklich komplett austrocknet. Komplett. Das ist wie Sand gestrahlt. Hast du da einen Tipp, wie ich mehr Speichel in den Mund kriege? Also generell, der, 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 der. Sag jetzt nicht Wasser trinken. Ja, das ist leider so. Und zwar eine kleine Schlucke und lauwarm. Nö, nö, der lauwarm ist morgens immer ganz gut, damit die Verdauung in Gang gebracht wird. Aber generell ist wirklich, und auch je älter du wirst, Wasser, 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 Wasser. Ich bin doch gar nicht älter. Ich sehe nur älter aus. Nee, wir werden nicht älter. Nee, ich sehe nur älter aus. Ich werde nicht älter. Hast du, nee, du bist ein Paradebeispiel. Du bist noch genau so, wie ich dich vor 20 Jahren, oder? Können wir uns? 30. Nee, 20 Jahre ist das her. Naja, das sind weniger als 30. Vielleicht 25 Jahre. Nein, kann nicht sein. Guck mal, 97 sind wir ja schon, sind wir ja aufgetreten. 97 war das schon. Ja, ja. Ja, das sind, gut, das sind... 96, 97. 24. Ja, okay. 24, okay. Ich kann es ja auch nicht. Ich kann es ja gucken. Wir runden ab, wir runden ab. Aber du bist doch von deinem Wesen, von deinem Naturell, von deiner... Du bist doch kein Tag gealtert. Du siehst älter aus, das T-Shirt ist größer geworden, aber... Aber du bist im Grunde nicht gealtert. Du bist natürlich weiser und erfahrener geworden. Ich bin eigentlich 28. Ich bin da irgendwie 28 geblieben. So innen drin fühle ich mich wie 28. Höchstens 35. Ja, nee, bei mir ist es noch viel schlimmer. Ich glaube, ich bin... Acht. Nee, das wäre schön, wenn ich nur... Aber ich bin jetzt 16. Ich bin so 16, 17, glaube ich, bin ich. Echt? Ja, ja. Echt? Nee, 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 28 kommt bei mir ziemlich gut hin. Nein, ich habe auch immer noch... Ich habe auch immer noch so eine unfassbare Naivität manchmal. Also eigentlich immer. Manchmal denke ich mir, Alter, wie kannst du so blauäugig auf bestimmte Dinge zugehen und die Welt umarmen und sagen, ihr seid alle super und ihr wollt mir doch alle nichts Böses und so. Und dann... Und die Naivität, dieses Wort Naivität, als ich das das erste Mal gehört habe, das fand ich natürlich, ich war entrüstet darüber, naiv. Na klar, sicher. Ich habe auch diese Naivität, habe ich auch natürlich noch bei mir. Und ich glaube, je älter du wirst und du kannst, umso eher wird dieses Wort eher positiv. Also es ist immer wahnsinnig negativ gewesen, weil es war wie doof. Du bist naiv. Wie naiv bist denn du, das zu glauben? Genau. Aber Naivität hat für mich auch einen neuen Sinn irgendwie, ist da reingeschossen, weil ich glaube, sowieso viele auch unserer Kollegen, wenn wir nicht alle so ein bisschen Naivität auch in uns hätten, dann würden wir viele Sachen auch gar nicht mehr so machen und wir würden vielleicht auch gar keine Musik mehr machen, weil du wirst ja immer wieder von irgendwelchen Arschlöchern irgendwie in das Licht geführt. Ja, und du denkst, wie konnte ich darauf reinfallen? Ja, das kann doch wohl nicht sein. Mit der ganzen Erfahrung, die ich habe. Aber ich finde, das ist auch was Positives, weil wir müssen uns diese Naivität auch irgendwie bewahren. Dieses Kindliche, dieses... Das ist was Wichtiges. Das gehört zu unserem Charakter dazu. Weil mich hat auch das Alter von Menschen nie interessiert. Das merke ich immer wieder. Ich habe jetzt am Wochenende wieder mit Leuten gespielt, dessen Vater ich sein könnte und mich interessiert aber weder im Umgang mit denen noch, wie alt die sind. Ob sie groß, klein, dick, dünn, schwarz, gelb, grün, was auch immer sind. Und das Alter ist das Uninteressanteste für mich überhaupt. Ja, geht mir auch so. Unser größter Schatz ist ja die Erfahrung. Und junge Leute kannst du dann eben halt nochmal ein bisschen... Deswegen finde ich das am Coaching. Das finde ich auch so geil. Weil ich kann das mitteilen, was ich selber erlebt habe und sage, pass ein bisschen auf bei dem oder das, was du da gerade tust. Guck einfach, dass du das wirklich versuchst zu analysieren. Aber bleib mit Spaß dabei trotzdem. Wie oft habe ich jüngere Menschen bei mir, die sagen, wie kann mir das passieren oder warum passiert mir das und wieso gelange ich an so einen anderen Menschen? Das passiert uns allen. Das passiert uns allen. Aber trotzdem, da sich eben halt diese Kindlichkeit und diesen Spieltrieb, diese Naivität zu bewahren eigentlich. Zu sagen, hey, ich probiere das trotzdem aus. Obwohl ich erfahrungslos weiß, das kann richtig nach hinten losgehen. Aber ich habe Bock drauf. Ich mache das jetzt. Ja, ich glaube, in unserer Branche ist es eben anders als in einer normalen Berufswelt. Wenn du irgendwo einen Job kriegst, dann gehst du da um 9 to 5 rein und wenn du deinen Job machst, ist alles in Ordnung und dann behältst du auch deinen Job. Und du kriegst von Anfang an volles Gehalt. Bei uns ist es so, dass man in viele Sachen, gerade wenn man jetzt ausschließlich Sideman ist oder Zulieferer, dann ist man eben abhängig davon. Oder auch ist es einfach Usus-Acts mit aufzubauen und zu investieren und zu hoffen, dass wenn der Futterdruck dann voll ist, du deinen Schweinerüssel auch noch mal kurz in die Gülle halten kannst oder so. Und deswegen ist es einfach Bestandteil unseres Berufsweges. Und davon profitieren eben halt die, die dann Geld ausmachen. Das wissen die auch. Und das wird auch ausgenutzt. Diese Art, die wir haben, wird auch ausgenutzt. Aber, ich war hier sehr viel Schleim heute Morgen. Nicht Reusband, nicht Reusband. Nicht Reusband. Wird eben halt auch ausgenutzt. Und ist auch Bebe, finde ich nicht gut. Aber letztendlich habe ich, ich habe das große Glück eigentlich jetzt mittlerweile, dass ich sage, die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, den vertraue ich auch. Ich brauche dieses Vertrauen. Und sie sagen, okay, gut, du hast nicht mehr Geld. Okay, gut, ich mache es trotzdem. Weil irgendwie, ja, ich muss die Maschine auch am Laufen halten oder ich habe Bock drauf oder was, du hast gar kein Geld. Na, okay, gut, lass mich mal den Song hören. Ja, okay, gut. Also ich muss an der Stelle, würde ich sagen, ich habe auch meine erste Platte, auf der du auch ganz, ganz teuer gesungen hast, mit lauter Gefälligkeitsdiensten gemacht. Und das ist ein großes, riesengroßes Geschenk, wenn ich die Liste der Leute angucke, die mir, die meine Musik wirklich gepimpt haben. Und ich sehe das mittlerweile, ich gebe zurück, wo ich kann. Also ich gebe zurück, wo ich kann, weil ich weiß, ich hätte ohne die Hilfsbereitschaft und die Freundschaft von vielen, vielen Kollegen nie im Leben so eine Platte zustande gebracht. Und das ist auch für mich ein bisschen auch der Weg in die Zukunft. Geben und nehmen. Geben und nehmen und wir helfen uns gegenseitig und wir machen auf Dinge, die wir Bock haben. Und genau. Wir werden dabei wahrscheinlich nie Millionäre, außer wir landen irgendwas Außerplanmäßiges. Aber wir haben ein gutes Selbstgefühl, ein gutes Leben. Ich bin jeden Tag, ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich das machen kann, worauf ich Bock habe. Dass ich mich mit Musik beschäftigen kann. Auch wenn es Schlager ist, was ja ... Darüber reden wir gleich nochmal. Da habe ich eine Frage. Nein, nicht nur Schlager. Ich habe ja auch die Noëlien jetzt gerade gemacht und so was. Aber letztendlich ist ja alles Schlager. Ja, das Wort Schlager kommt ja von Verkaufsschlager. Ja, ja. Genau. Ich wollte noch ganz, ganz kurz, was mich interessiert, zu dem Thema Chören, Chorgesang sagen. Ja. Weil ich das halt ... Natürlich ist es immer eine Frage des Budgets und vielleicht ist es auch unwichtig, aber ... Was soll ich singen? Nee, nee, nee. Und zwar, ich habe da einen Werbespot für ... Nee, nee. Weil das Besondere an Stimmen ist ja, an der einzelnen Stimme sowieso und in der Kombination daraus, dass es ein nicht reproduzierbarer Sound ist. Zum Glück. Ja, eben. Und deswegen, wenn ich Produzent wäre, ich würde, glaube ich, immer wahnsinnig viele Chorsänger buchen, um genau diese uniken Sounds zu kreieren und was auch immer. Und was mich echt beeindruckt ist bei dir, weil du hast ja als Solosängerin ... Ich wollte jetzt irgendwas so was Geiles sagen wie zwölf Zylinder oder so, aber dabei kenne ich mich mit Autos überhaupt nicht. Du hast schon ... Also da, ich kann mich an Momente erinnern, da glaubst du, dich föhnt jemand an, aber jetzt nicht ... Das ist ja das Besondere mit Volumen, aber mit ganz viel Ton. Und gleichzeitig kannst du dich aber in ganz vielen Situationen musikalisch oder gesanglich zurücknehmen. Das gelingt auch nicht jedem, oder? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Kriterium für professionelle Sänger, also Dienstleister, sage ich ja immer, dass du flexibel bist. Abgesehen davon, dass du natürlich deine Range irgendwie kennst und was du ... Also jetzt nicht nur von den Tonhöhen her, sondern was du ... Dass du eben halt nicht nur die laute Stimme kannst, sondern auch die leise Stimme. Und dich damit zu beschäftigen. Ich habe ... Früher habe ich eher den, wie ... Der liebe ja Olaf Scholz immer sagt, den Wumms irgendwie. Nur immer Wumms, ja. Aber ich habe die leisen Töne sehr schätzen gelernt und mich da auch wiedergefunden. Das ist ... Wenn du deine Stimme kennenlernst, das ist eben halt eine lange Reise mit der Stimme. Und ja, du musst flexibel sein. Das musst du auch bei ... Wenn du die Chöre singst, wenn du Werbung singst, du musst flexibel sein. Wenn ich meine Chöre ... Wie viele Gospelchöre habe ich schon eingesungen? Ich bin zwei Öltanks, ich bin ein Gospelchor, ja. Wo ich einfach auch meine Stimme verstelle. Wo ich einfach von squeaky oder klassischen Tönen oben irgendwie voluminös ... Aber auch die Bässe eben halt, wo ich ... Ich sage mal, ich sage dann immer, Baumwollfelder. Jetzt kommen die Baumwollfelder. Oder auf Deutsch gesagt, die Kartoffel, ja. Ja. Wo du den Michael McDonalds mit reinlässt, ne. Bisschen alles ein bisschen kehliger. Und wenn du natürlich verstehst, deine Stimme zu ... Wenn du gelernt hast, deine Stimme zu erkunden ... Und auch das ... Es sind ja nicht nur die Stimmbänder, das ist ja dein ganzer Körper. Und was hier im Rachen passiert dann und so. Und da bin ich natürlich durch dieses Coachen auch viel näher zu mir gekommen. Und konnte bei mir auch viel mehr Sachen feststellen und kontrollieren. Weil ich sie ... Man singt einfach so heraus und ja, das kommt irgendwie so. Und dann, wenn du aber bestimmte Sachen machen musst, musst du eben halt genau wie du irgendwie deine, was weiß ich, deine Potis und deine zum Stellen und so und was. Jetzt musst du das eben halt auch im Stimmlichen auch machen. Deswegen kann ich nur jedem Sänger raten, seine Stimme gut kennenzulernen. Und das kannst du meistens nur über das Coaching. Weil wir Sänger sind ja generell das faulste Pack irgendwie unter den Musikern. Wir üben ja nicht. Das wollte ich gerade fallen. Weil wenn ich mir zum Beispiel angucke, jetzt dieses ... Ich nenne es, mir fällt jetzt auf die schnellen Expresses ein, aber dieses helle, fast engelhafte K-Glas. Feenstaub. Feenstaub, Feenstaub. Mit dem Feenstaub, mit dem Glitter. Feenstaub. Und man denkt, oh Gott, die hat ja noch den Schulranzen auf dem Rücken. Bis hin zu ... Abgeschminkt, ja. Ja, das war mal auch wirklich eine Zeit, wo ich sehr gerührt habe. Ja, aber eben nicht nur gerührt, sondern also eine röhrende, klingende Stimme. Und hast du dann ... Also gut, wenn ich jetzt zum Beispiel lateinamerikanische Musik machen wollen würde oder das in meinem Angebot haben möchte, dann müsste ich mich mit lateinamerikanischer Musik beschäftigen, müsste das üben, herausfinden, bla bla bla. Hast du denn alles, das, was du jetzt gerade aufgezählt hast, an Stimmbildung, hast du das irgendwann geübt? Oder hast du selber Coachings genommen? Oder ist das aufgrund der Erfahrungswerte? Alles. Alles, was du gesagt hast. Also ich habe ganz früher ... Ich bin angefangen, da ging ich ja noch zur Schule. Mit 18 stand ich, rannte ich nicht in Düsseldorf, da rannte ich mit 16 rum. Und mit 18 rannte ich Düsseldorf. Die Jungen wissen nicht mehr, wovon wir reden. Also auf jeden Fall, mit 18 war ich eben halt professionell schon auf der Mitte. Also professionell, ich habe damit mein Geld verdient. Ich bin zur Schule gegangen und habe am Wochenende gemuckt. Und ich habe einfach so drauf losgemuckt. Und nach circa einem halben Jahr jedes Wochenende spielen und oft Freitag, Samstag, Sonntag und am Montag wieder in die Schule, meistens Samstag auch nochmal irgendwie, stand ich auf der Bühne und es kam original nichts mehr. Also es kam noch nicht mal ein Fiepen rüber. Es war Schluss. Es hat mich natürlich unglaublich gestresst und beängstigt. Und dann hatte ich auch meinen ersten HNO-Termin, den ich vorher nie wahrgenommen hatte. Und der mir zwei Monate lang komplette Silence irgendwie verordnet hat. Habe ich natürlich nie eingehalten. Aber ich habe es versucht und habe dann auch Gesangsunterricht genommen. Und habe damals, kurz nach dem Krieg, gab es noch keine Pop-Coaches. Da gab es nur Klassik. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das fand ich... Aber was ich mitgenommen habe damals bei Frau Ingegraf aus dem Logistieg 10 in Hamburg, Eppendorf, da bin ich immer mit meinem Käfer, bin ich dann da immer hingefahren. Von hier, von zu Hause. Weil ich habe noch zu Hause gewohnt. Da bin ich immer zweieinhalb Stunden nach Hamburg gefahren. Damals bin ich noch nicht so schnell geheizt wie heute. Und dann bin ich zum Unterricht. Und da habe ich mitgenommen, vor allen Dingen die Atemtechnik. Und das ist wirklich eine ganz wichtige Geschichte, dieses mit dem Atmen. Auch so, auch für Nichtsänger. Der Atem, der kann... Der macht so viel Gutes, genau wie Wasser trinken. Der Atem macht so viel Gutes. Und kann einem so helfen, auch bei Schmerzen. Und das ist einfach super, super wichtig. Und dann bin ich irgendwann nach Bremen gezogen. Und da habe ich, ja, ja, ist okay, schön tief räuspern. Und so, oh, gesundheit. Und dann war ich in Bremen bei Frau Mink. Werde ich auch nicht vergessen, ob die noch alle leben. Ich glaube nicht. Und Frau Mink, auch klassisch. Und da habe ich wieder ein bisschen was mitgenommen. Und dann habe ich mir meinen eigenen Reim so gemacht. Weil, wie gesagt, damals, das war so Ende der 80er, Anfang der 90er, da war das noch nicht mit so, ja, Pop-Vocal-Coaches oder Vocal-Coaches gab es da noch nicht. Da gab es Gesangsunterricht und das war klassisch. Und das habe ich ja gar nicht gebraucht. Das fand ich ganz blöd. Und ich habe ja auch immer gedacht, nee, Gesangsunterricht nehme ich nicht. Dann singe ich mir ja meinen Bauch weg. Habe ich immer gesagt. Also mein Feeling. Ich habe immer gesagt, nee, das ist alles zu technisch. Da hatte ich richtig Angst vor mir, Gesangsunterricht zu nehmen, weil dann wird ja alles so technisch. Und mein Bauch wegsingen, im Gegenteil, ich habe mir den Bauch angesungen. Das war wirklich richtig gut. Und dann selbst learning by doing. Und immer wieder mit Menschen zusammen natürlich auch musiziert. Und dann hörst du da mal einen Tipp und da mal einen Tipp. Das ist dann Erfahrung. Und Sachen auf der Bühne ausprobiert, sodass es das Publikum auch nicht mitkriegt. Und das war, es ist wirklich eine Erfahrungssache. Und ich habe mich da, und da habe ich mir dann ehemalig Wissen angeeignet, habe mir Bücher durchgelesen ohne Ende und habe mit anderen Sängerinnen gesprochen über ihre Erfahrungen. Und das alles fließt natürlich dann in meinen Unterricht ein. Das ist, ich habe das ja nicht studiert. Also ich habe das Leben studiert. Und da eben halt auch die Stimme. Und durch dieses Gesangsunterricht geben, habe ich natürlich auch noch viel gelernt für mich selber. Das war super. Lehren ist ja die letzte Stufe des Lernens. Oh, wunderbar. Ganz super. Sehr schön. Genau so. Ganz genau. Ist nicht von mir, ich weiß nicht von wem. Ja, aber du kannst es mal so schön zitieren. Das ist ja herrlich. Ich kann mit halbwissen glänzen. Nee, ich habe ja auch durch Gesangsunterricht festgestellt, dass mein gottgegebenes Talent des Stimmumfangs einer Mollterz, ist, wenn ich mich gesund ernähre und viel Schlaf bekomme und drei Tage vor dem Auftritt auch komplett auf Sex verzichte, kann ich mich auch zur Durtherz hochschauten. Und wenn ich es richtig ausdehne, ist sogar die Feuerwehr drin, die Quad. Aber da muss ich schon sehr diszipliniert leben. Du untertreibst. Total. Nee, es ist nicht so viel untertrieben, wie man glaubt. Worüber ich gerne reden, daran hatte ich eigentlich gar nicht gedacht, aber es hat sich jetzt im Laufe des Gesprächs so ergeben. Ein Phänomen, auf das ich noch nie wirklich eine Antwort gefunden habe, ist tatsächlich das Phänomen Schlager, das wir in Deutschland haben. Ja. Weil ich bis zum, du weißt ja, ich schreibe viele Texte auch für Künstler und so. Ja, schöne Texte. Dankeschön. Und ich bin, es ist zwar weniger geworden, aber es kommt immer noch mal vor, dass Künstler sagen, oh, das kann ich jetzt singen, das ist doch Schlager. Und wir haben, und das hast ja du auch so ein bisschen durchklingen lassen, der Schlager hat irgendwie in der Wahrnehmung ein schlechtes Image. Ja. Teilweise vielleicht auch zu Recht, weil es gerade so ist. Es gibt so viel Scheißdreck. Ja, und es gibt auch so viel Einheitsware und so. Aber wir haben doch das Phänomen, dass wir in Deutschland, also wenn man den Schlager der 50er Jahre anguckt, Peter Alexander, Katharina Valente, Paul Kuhn, wie sie alle heißen, das war mega arrangiert und es war fast sogar ein bisschen auch noch amerikanisch, ein bisschen swing beeinflusst, etc., etc., wie auch immer. Und irgendwann in den 70ern oder Ende der 70er scheinbar ist es abgedriftet in so, ja, jetzt. In Marschmusik, ja. Liebloseres und heile Weltbilder und einfache Strukturen und einfache Texte und so. Aber wir hatten im Popbereich parallel dazu nirgendwo irgendwelche Sänger. Ja. Also im Mainstream-Pop, abgesehen von Ausnahmen wie Edo Zanki, der aber das nie zum Popstar geschafft hat oder... Leider, ja. Gott hab ihn selig. Ja, aber vielleicht noch Ulla Meinecke oder so, aber die jetzt auch nicht... Aber wir hatten im Popbereich, war Xavier der Erste 2000... Es gab keinen Pop in Deutschland. Ja, aber es gab die Neue Deutsche Welle, es gibt Grönemeyer... Nee, ich meine in den 70ern oder so. Oder Lindenberg und die Leute. Der Sohawk. Ja, aber die sind... Also ich zähle das jetzt quasi zum Mainstream dazu. Die hatten alle charismatische Stimmen, ja. Ob es Grönemeyer ist, ob es Westernhagen ist, ob es Maffei oder Lindenberg ist. Waren tolle Geschichtenerzähler und braucht man nicht drüber reden. Aber keine Sänger in dem Sinn, die konntest du jetzt nicht irgendwie ein Lied mit langen Melodiebögen singen lassen. Da wären wir alle vom Glauben abgefallen. Ja. Warum ist das? Also alle, die singen konnten, es gibt ja die ganzen legendären Geschichten, dass Rex Gildo lieber Rock'n'Roller geworden werde. Und Helene Fischer, habe ich auch mal gehört, wollte eigentlich, keine Ahnung, Mariah Carey... Mariah Carey-Style machen oder sonst irgendwas. Und wurde quasi gezwungen, nur du musst Schlager machen. Warum ist das... Hast du eine Erklärung dafür? Warum ist das so ein Deutscher? Ich glaube, die Deutschen lieben die Marschmusik. Du hörst es ja auch immer. Das ist einfach Marsch. Es ist ganz oft dieses Marschmusik-Feeling. Ja, das ist... Und die Amerikaner haben Country und Western. Wir haben die Volksmusik. Ja, also da, wo ja auch... Das ist ja unser Country in Western. Leider Gottes nicht sehr beeinflusst von dem Amerikanischen. Weil das ist ja natürlich herrlich. Da schiehe ich total drauf. Was auch Schlager... Was dann in Amerika eigentlich Schlager wäre. Country und Western, wenn ich mir das so vorstelle, Das ist so ein bisschen... Weil, wenn du dir die Texte anguckst, ne? Und die Melodiebögen und so. Da hat man ja früher auch immer gesagt, Phil Collins. Wenn man das alles auf Deutsch irgendwie übersetzen würde, das ist auch Schlager. Also so... Das kommt einfach über den Text einmal. Ich weiß... Ich kann es mir nicht genau erklären. Der Deutsche liebt die Marschmusik. Und es hat irgendwie... Hat sich das so eingeschliffen. Ich bin selber ein Kind der neuen deutschen Welle. Ich fand das mega geil damals. Und diese Verrücktheiten fand ich aber vor allen Dingen klasse. Was weiß ich. Ich möchte ein Eisbär sein. Ich meine... So diese Texte, die da waren. Oder Ideal, ne? Oder... Das ist einer, der mir ewig in Erinnerung bleiben wird, ist... Der Räuber und der Prinz. Der Räuber und der Prinz. Der Prinz ging in den Wald. Da packten ihn die Räuber. Genau, genau. Und du darfst nicht vergessen. Ich saß ja als zartes Kneblein im hochalpinen, verschneiten Dorf. Und dann kam plötzlich sowas, ne? Ja. Oder... Entschuldige mal. Fliegen, fliegen, fliegen im Sause-Schritt und bringen die Liebe mit. Ja, ja. Döv. Bei dem Himmelsrad. Aber alles keine Sänger. In die ganzen Neue-Drechnung konnte ja keiner singen. Nein. Das waren Expressionisten. Ja. Und das ist auch heute ja noch wichtig, dass man das auch drin hat. Aber ach, die deutsche Szene ist leider Gottes, finde ich, sie ist so wahnsinnig einseitig geworden. Es ist so selten, dass man nochmal... Also was jetzt an die Oberfläche kommt. Es werden keine Experimente gemacht. Und von den Plattenfirmen auch. Das ist nur das, was irgendwie was geht. Was irgendwie der breite Fisch irgendwie will. und das ist so schade. Ja, aber ich bin bei dir. Ich sehe das natürlich auch so. Also ich glaube aber noch nie, dass die deutschen Plattenfirmen groß experimentell waren. Also vielleicht in den 80er Jahren mit der neuen deutschen Welle. Ja. Da, wo quasi ja alles rausgehauen wurde, was irgendwie eine Gitarre oder ein Xylophon halten konnte. Ja. Und es ist mittlerweile ein bisschen oder es ist im Laufe der Jahre immer mehr zur Verwaltung oder Distribution amerikanischer und englischer Künstler geworden. Und man macht halt das, was schon läuft. Ah, das funktioniert und macht die nächste Platte. Ja, ja. Und imitiert das. Soundalikes. Aber ich finde immer wieder, es gibt gute Mucke, wird sich immer durchsetzen. Ich habe jetzt nur als kleines Beispiel. Ich habe durch Zufall auf irgendeiner nächtlichen YouTube-Surfwelle, bin ich auf eine bayerische Band namens Pam Pam Ida gekommen. Auch schön. Und ja, und ich muss sagen, die schaffen ein Crossover von Volksmusik zu Pop, aber auf eine wirklich elegante, geile Art. Singen-Mund-Art und die Akkorde und die Melodien, also wo ich sage, wow, das ist ein neuer Mix. Und die spielen in Bayern vor tausenden Leuten. Die kennt im Mainstream in Deutschland keiner. Und ich glaube, dass das auch eigentlich das Ziel sein muss. Du musst einfach nur dein Publikum finden. Das Publikum, ganz genau. Und es gibt so viel wirklich hochwertige neue Mucke. Wenn du dir das anguckst, ich weiß nicht, ob dir Wolfpack zum Beispiel was versagt. Ja, na klar, doch, Wolfpack, na klar, sicher. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Sixteen-Note-Funk so einen Hype auslösen kann. Ja, unglaublich. Und es gibt für alles ein Publikum und du musst nicht im Mainstream und du musst auch nicht im Fernsehen oder sonst irgendwo auftauchen, wenn du es schaffst. Musikalisch, aber wie ist es finanziell? Naja, wenn du vor Tausenderhallen spielst. Richtig, wenn du live auftreten kannst, dann kannst du damit eine Mark machen. Deutschland ist so, ich weiß nicht warum. Ich bin kein, also analyse-mäßig kann ich mir nicht, außer dass eben mal der Deutsche die Marschmusik mag. Das ist so. Die Amerikaner, die haben ja auch nun durch die Afroamerikaner auch nochmal ein anderes, geschichtlich auch nochmal eine andere Musik-Einflussung gehabt. Das kennen wir ja gar nicht. Also bei uns gab es ja kaum zum Beispiel Afroamerikaner, Afrodeutsche zum Beispiel. Also gerade das, weil das Ganze, für mich ist sowieso die Wiege der Menschheit nicht in Afrika. Es ist so, wenn ich das da höre, die Musik, die da herkommt und so geil, so freudig, so rhythmisch, so, es ist einfach, das macht mich immer wieder freudig. Und das ist immer toll. Und wir in Deutschland hatten diese Beeinflussung ja gar nicht. Wir kamen ja mehr von der Klassik eben halt. Also da könnte man bestimmt lange sich drüber unterhalten. Fakt ist, de facto kriege ich vor allen Dingen Schlagerproduktionen auf den Tisch, die irgendwie ein Budget haben. Und dann freue ich mich ja schon über so ein Engagement für den New Angels, wo es wirklich Pop ist und wo auch gute Popmusik. Das ist so, ich habe das total gerne gemacht. Das hat so einen Spaß gemacht, die Chöre zu arrangieren dafür. Und da bin auch nur ich im Chor und die Mädels haben natürlich obendrauf gesungen. Ist ja klar. Aber ich habe die halt arrangiert und habe da immer Close Harmonies und so reingebracht und so. Und Christian Geller hat mich da auch gelassen und fand das auch alles toll. Ich habe da natürlich viel länger dran gesessen, als normalerweise. Als es Budget hergibt. Das kannst du vergessen, ja, kannst du vergessen. Aber es hat mir Spaß gemacht und ich wollte was Geiles abliefern. Und ich finde, das ist uns generell auch gelungen. Also das waren ja viele Covers von vor 20 Jahren, aber eben halt auch ein paar neue Sachen. Und diese alten Sachen aber dann wieder mal ein bisschen anders klingen zu lassen, durch eben halt zum Beispiel Close Harmonies oder wo dann mal ein Chor auftaucht. Und das war total spannend und schön. Das hat mir so einen Spaß gemacht. Das habe ich über den Winter gebracht, so ungefähr. Das war richtig klasse. Das war richtig toll. Ja, das ist ja eine Nebenwirkung der Corona-Geschichte, ist ja, dass Leute, also das Hausmusik quasi, wieder ein bisschen in den Vormarsch kommt. Und das finde ich ja wunderschön. Also ich habe mit ein paar Leuten aus der Musikinstrumentenbranche gesprochen. Die waren alle sehr angetan von ihren Umsätzen 2020, weil die Leute das Geld, das ihnen, wenn ihnen was übrig geblieben ist, oder die dann tatsächlich so, dann lerne ich vielleicht doch nochmal Gitarre oder Klavier oder irgendwas und haben sich Instrumente gekauft. Und als ich klein war, also jetzt nicht unbedingt in meinem Elternhaus, meine Mutter und meine Eltern waren beide zwar sehr musikaffin, aber eher unmusikalisch. Und meine Mutter konnte auch nicht, also in Österreich gibt es diesen Begriff vom Schusterbass. Ja, das ist der, der irgendwie hinten so mitkrummelt und so undefiniert irgendwie halblaut hinten dazusingt. Meine Mutter war quasi Schusterbass. Aber in vielen anderen Familien und in meiner Verwandtschaft auch so, war das einfach Usus, dass man um den Tisch sitzt und mehrstimmige Lieder singt. Aus dem Volksweisen, was auch immer. Und das zumindest ist ein schöner Nebeneffekt, dass die Leute wieder aktiver Musik in ihr leben. Was aber zu hoffen bleibt, dass sie jetzt nicht alle zu Hause bleiben und sie anfangen Online-Streaming-Konzerte. Ich kann jetzt drei Akkorde, Leute, hier. Ich habe drei Akkorde. Hier meine Solo-Show, ja. Ja, die Überschätzung findet dann doch das Häufige statt. Ja, ich glaube, aber auch da bin ich, normalerweise müsste man sagen, da bin ich mittlerweile Altersmelde, aber ich war immer schon so, hey, wenn die Leute glauben. Das ist etwas, was ich bis zum gewissen Aspekt oder gerade in Amerika bestätigt bekommen habe. Die Amis, wenn einer sagt, hey, der kann nur drei Akkorde, aber die mit voller Inbrunst, ob das jetzt eine Punk-Band ist oder was auch immer. Und die geben alles, hey, Respekt, ja. Bitte, ja, genau. Und dann gibt es Leute, die spielen 400 Töne in einer Minute, auch Respekt, ja. Und dann gibt es Leute, die singen einen Ton und du hast Gänsehaut, ja. Aber das ist eben individuell und ich will das gar nicht so werden. Queens, Queens, muss man sich das so vorstellen, wie es klingt? Vier Dieven, die... Warum ist eine Queen immer gleich eine Diva? Weil Diva ist ja schon wieder was Negatives. Aber Diva-esk, wir sagen es mal Diva-esk. Diva-esk, genau. Muss man sich das dann so vorstellen, dass vier... Ich höre mich nicht, ich höre mich nicht, alle zu klein. Nein. Oder, nee. Und wo ist der Prosecco und so? Das ja. Und wo sind die mexikanischen Gärtner mit freiem Oberkörper? Nein. Nein, keine mexikanischen Gärtner mit freiem Oberkörper. Nee, aber ich habe natürlich, das gibt es ja jetzt schon länger, die Queens, die gibt es schon zwei, drei Jahre. Und es ist, man sieht, alles ist super professionell gemacht. Aber ich würde gerne mal einen Gig sehen, so mit vier so richtigen Diva-esken Queens. Ist einfach geil. Es ist einfach geil. Es sind, es sind, nee, wir sind Diva-esk vielleicht, aber letztendlich da, sonst hätten wir auch nicht so lange überlebt, unter euch Männern irgendwie, sind wir leidgeprüft und sehr flexibel und tolerant. Und wir sind vor allen Dingen keine Zicken. Wir sind, wir sind, ne, da ist kein Neid oder so. In Deutschland hast du ja, weil du hast ja gerade gesagt, Ruisberg, Ruisberg, ja, in Amerika. Aber hier ist, das ist so eine Gesellschaft, die ist immer so neidisch, finde ich. Also die ist so, du kannst was, dann ist sofort, dann ist sofort so ein, ach. Ja, das ist ein, das ist ein, also das habe ich in Amerika, die haben ein ganz, die Amerikaner haben einen ganz anderen Umgang mit Erfolg. Ja, ja. Die Amerikaner, der einfache, oder, ja, sag jetzt mal, der einfache Amerikaner sagt, ey geil, der Typ hat es geschafft. Der hat sich den Arsch abgearbeitet, der ist da hochgekommen, Respekt. Das war uns anders. Will ich auch. Und bei uns ist es eher so, mit wem hat denn der gefögelt? Geschlafen, genau. Entschuldigung. Du wieder, du ja wieder. Liebes, liebes, liebes. Publikum, hier sitzt der Mann, der mir das Wort Ficken beigebracht hat. Ich habe nämlich auch immer sowas nicht gesagt, aber du sagst natürlich wieder Vögeln. Ich sage, ich sage, wie ich sage, geschlafen, du sagst wieder Vögeln. Ja, Entschuldigung. Ja, aber man lernt ja nie aus. Man lernt ja nie aus, Anja. Ich kann dir auch noch ein paar obstruse, österreichische Dialektbegriffe für diese Aktivität vermitteln. Na, was mache ich das nächste Mal? Das machen wir nicht jetzt. Nee, aber das ist wirklich krass. Ja, dieses Neidische. Und ich habe ja, ich erziehe ja quasi eine Tochter, die seit der Geburt schon in der Pubertät ist. Und ich habe festgestellt, dass, weil du gesagt hast, ihr seid keine Zicken. Also, was unter Mädchen abgeht. Oh. Wow. Ich war, ich bin echt schockiert. Also, Jungs haben es ja natürlich jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, ein Honigschlecken, aber Jungs kommen untereinander. Die kriegen das geregelt und auch wenn es Stress gibt oder wenn es irgendwie jeder einen schlechten Tag hat, die holen sich immer irgendwie ab und dann ist noch fünf Minuten ist alles gut und dann wird wieder zusammen gespielt. Mädels können so, auch schon so kleine Wesen, können so brutal austeilen, so brutal, dass ich mir denke, wow, kein Wunder haben wir im Erwachsenen-Dasein so viele Schwierigkeiten miteinander. Also, das ist schon, ist schon, ist hormonell bedingt. Auf jeden Fall. Aber dieses, dieses, dieses Neidding in Deutschland finde ich das extrem. Ich habe, habe ich immer, ich habe immer mit Neid zu kämpfen gehabt. Und wir sind, und die kennen das auch, ja, meine anderen drei Girls, die kennen das auch. Und ich war auf der Bühne nie so, dass ich, wenn, ich war auch sogar, ich war mal in der Band und da hatten wir dann mal eine, zeitweise hatten wir zwei Frauen, ne, und, ähm, und ich fand das immer toll, was sie gemacht hat, weil die hat auch anders gesungen und die hat das toll gemacht. Und ich war, oh yeah, ne, respect, ja, es ist total toll. Aber letztendlich ist sie dann wieder ausgestunken, weil sie nicht mit mir klarkam. Ich bin ja nun auch ein sehr extrovertierter Mensch, der auch irgendwie ziemlich weit ausstrahlt. Aber das habe ich auch mit, äh, mit einem, äh, äh, Filipino gehabt, der bei uns in der Band gesungen hat, der dann irgendwann ausgestiegen ist, äh, weil, weil er das nicht, weil er meinte, er kann nicht neben mir bestehen. Was natürlich völliger Quatsch ist, weil jeder hat doch sein Ding irgendwie, was er rausbringt. Und jeder hat auch seine Stimme. Das ist ganz individuell, ja, und, äh, der eine kann es eben halt so besser und der andere so besser oder besser nicht besser, sondern der macht es so. Ja. Und das haben wir vier untereinander, haben, um das kurz zum Abschluss zu bringen, gar nicht, also wir sind nicht, wir haben überhaupt nicht dieses Neidgehen, dieses, dieses, ähm, Drauftreten oder dieses, ähm, wir haben alle, jede für sich hat, äh, hat eine Einzigartigkeit. Und das haben wir begriffen und das ist, und das ist, und das, deswegen ist das so ein entspanntes Miteinander. Wir sind ja alle auch sehr gut befreundet miteinander, ne, das, das genieße ich sehr. Ja, ich, ich glaube, dass, äh, teilweise ein, ein Grund dafür ist, was du, was du gerade gesagt hast, dass wir ja eigentlich als Musiker und, äh, je älter wir werden, äh, einerseits das Bewusstsein haben, dass wir einzigartig sind, weil es gibt niemand auf der Welt, der so Bass spielt wie ich. Nein. Und es gibt niemand auf der Welt, der so singt wie du. Gleichzeitig ist uns, ist unser Umfeld, also, weißt du ja selber, äh, sind wir umgeben von Zweiflern, ja. Ja, 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 ja. Ist das gut genug? Ist meine Einzigartigkeit gut genug? Und ist, ah, der ist noch einzigartiger? Ja, dieses Vergleichen immer, ja. Und es ist, und es ist diese, ähm, äh, ja, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen in, 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 in der, in der, äh, wie sagt man denn, Erziehung verankert, dass wir, du musst hart, aber, äh, und, 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 du musst, brauchst viel Talent und das muss und des und dieses und jenes, anstatt die Dinge einfach, äh, im, im, im Vertrauen zu sagen, ja. Sich entdeckern zu lassen. Ich merke, ich merke das zum Beispiel bei meiner Tochter, die singt den ganzen Tag. Die singt den ganzen Tag. Und wir haben, äh, ich habe schon wirklich wunderschöne Momente, die erlebt, wo sie auch anderen schon was vorgesungen hat. Mhm. Aber die, und ich habe die, ich habe, ich versuche jetzt die nicht, ähm, wie soll ich sagen, äh, 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 zu pushen oder sonst irgendwas, sondern ich lobe sie, wenn sie Lob verdient hat und, 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 aber, aber die hat, Nee, Papa, ich kann gar nicht gut singen, es gibt andere, die sind viel besser. Und, äh, und schon mit zehn, wo ich sage, hey, Mädel, sing einfach, sing. Du singst den ganzen Tag und du hörst genau, ähm, die hat, was sie hat, alle Melodien am Start und, äh, und, und, und da gibt es eigentlich kein Out-of-Tune-Singen, wenn man so will. Aber, hey, diese, diese Zweifel sind die schlimmsten Verhinderer, die wir haben. Also die Zweifel, die, die Zweifel, ich meine, wenn, als, als Teenager habe ich auch, ich habe, nicht nur als Teenager, so gezweifelt an mir. Natürlich, das gehört ja auch mit dazu, das gehört mit zur Wesensbildung dazu auch, ne, dieses Vergleichen, das ist, äh, so, und irgendwann, und vergleichen ist ja okay, aber, ähm, an einem gewissen Punkt solltest du dann einfach feststellen, okay, ich, ich bin so und ich komme vielleicht nicht dahin, wo der ist, was jetzt angesehen ist oder so, aber ich habe mein eigenes Ding und, ähm, und das ist gut so. Also, dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln. Ich habe viele Teenager schon unterrichtet, deren Mütter, die Mädels, vor allem Mädels, aber auch Jungs, ähm, zu mir geschickt haben, weil sie, äh, so mit dem Selbstbewusstsein Schwierigkeiten hatten, ne, 14-Jährige, elfjährige, ne, ähm, äh, 16-Jährige, also auch die in der Pubertät sind und sich finden, ne, und sich gerade entdecken irgendwie, ne, und sich da natürlich vergleichen und durch das ganze Internet gedödel und was nicht alles, äh, das ist ja noch alles viel schwieriger geworden, aber, ähm, die, die eben halt da Probleme haben und auch von der Stimme her ganz leise dann sind und noch gar nicht so richtig was, ne, so von sich geben möchten und, äh, wenn ich die dann aber lasse und wenn ich sie dann, ne, locke und so und dann kommt da auf einmal was raus und die ich, ähm, deren ich, also ich denke, ich kann denen ein bisschen Selbstbewusstsein mit auf den Weg geben, ne, und das, äh, so, deswegen sagt sagt man ja auch Coach, ne, dass man, weil das für mich beinhaltet, dass ganz viel Psychologie, nicht, dass ich ein Psychologiestudium irgendwie gemacht habe, das ist eben halt das, die, das, die Lebenserfahrung einfach, ne, aber das mitzugeben, ne, und da, da zu sagen, hey, das ist in Ordnung, ne, das ist auch in Ordnung zu versagen, mal hier und da, oder wenn du dich nicht so geil fühlst, aber hau nicht so auf dich drauf, ne, sondern, äh, lerne zu schätzen, was du hast, ne, und vergleich dich nicht, sondern geh da in die Tiefe zu dir. Finde zu dir, ne, das ist, gerade bei Teenagern ist das natürlich schwierig, mein Gott, ich war, ich, also, ich war, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe, ich habe da auch, äh, ich habe natürlich auch, äh, äh, 25 Jahre gebraucht für meine Solo-Platte. Und, ähm, aber nicht, also, das hat jetzt nichts mit falscher Bescheidenheit zu tun, sondern ich bin wirklich kein guter Sänger, sondern ich bin ein super Interpret meiner eigenen Sachen. Ja, ja. Absolut, ja, aber ich meine, ich kann jetzt nicht Yesterday von den Beatles singen, da zieht es dir nicht schwiegen. Ja, ja, wurscht, ich sage nur. Es gibt ja genug, die das tun. Genau, äh, äh, und ich habe, ich habe vor 25 Jahren schon, hatte ich Leute, mit denen ich an Songs gearbeitet habe, die gesagt haben, ey, Umbu, du musst dein eigenes Ding machen. Ja. Und ich, ja, Leute, ich kann doch nicht singen, scheißegal, mach dein eigenes Ding. Und ich, nee, ich kann doch nicht singen und ich weiß nicht, ob ich Deutsch oder Englisch, Hunderttausende ausreden. Und dann habe ich, äh, meine Platte gemacht und, ähm, habe super schöne Erlebnisse damit gehabt und tatsächlich habe ich dann einen Auftritt gespielt, wo ich, ähm, äh, äh, wo zwei Sänger auch noch da waren und ich, äh, pro Set einen meiner eigenen Songs machen durfte. Und die haben auch eigenes Zeug gemischt mit Cover gemacht. Lange Rede, kurzer Sinn, ich bin nach dem, und die waren Granatensänger in meinen Augen und danach wurde mir klar, selbst wenn ich so singen könnte, wie einer von denen, ich würde genau das machen, was ich mache. Also ich würde genau die Mucke machen, ich würde genau, und dachte, alright, ich bin für mich zumindest im richtigen Weg und ich kann heute, ähm, ich würde mich egal wohin stellen, ja. Ja. Und mein Ding präsentieren. Ob es den Leuten dann gefällt oder nicht, das sei dahingestellt. Aber wenn heute einer sagt, du, morgen im Vorprogramm von, ähm, whoever ist ein Slot, eine halbe Stunde frei, hast du Bock, vor 10.000 Leuten zu spielen, ich würde sofort rausgehen. Ich würde mir nicht eine Minute in die Hose scheißen. Das nennt man Authentizität auch. Das ist beinhaltet das. Also du bist einfach authentisch, du machst das, was du, du bist Umbo und du machst das, was Umbo kann. Genau, und das Einzige, das Einzige, was ich mir im Nachhinein gewünscht hätte, dass ich diese Erkenntnis schon bedeutend früher gehabt hätte, dann hätte ich schon ein paar Platten mehr gemacht. Anyway. Aber du bist ja auch mit so vielen Cracks auch zusammen, so viele gute Jungs hören. Gewesen. Gewesen. Also mit den Serbieren, ja. Ja, aber mit so vielen guten Musikern spielst du. Und dann, natürlich, ich hab das auch, ich hab Marion Welch, Madeleine Lang, wie sie alle hießen, aus denen, das waren so, die waren, sind alle ein bisschen älter als ich. Und das war immer, wow, so kann ich nicht singen. Also, so könnte ich nie singen. Ja, oh mein Gott. Und was war dann in Mitte der 90er, da haben die auf meiner Platte gesungen, die Chöre gemacht. Und ich fand das ganz, ganz toll, dass sie jetzt die Chöre für mich singen. Oh, wie toll. Aber ich hab da auch festgestellt, hey, ja, die machen die Chöre, das ist alles gut, das klingt toll, aber ich mach das, was ich mache, das ist halt Anja. Ja, das ist, das ist was anderes. Ich bin vielleicht nicht so geil in den technischen Geschichten wie die, aber ich mach das anders. Ich mach das dann halt anders. So hab ich mich so langsam hochgearbeitet, weil ich hab da auch immer gezweifelt. Oh mein Gott, die sind alle so viel geiler. Oh mein Gott, die singen alle so toll. Aber ich hab dann festgestellt, das Wichtigste ist, dass du als Künstler, dass du authentisch bist damit, dass du das wirklich ausdrückst, was du fühlst und was du bist. Und das ist für mich Authentizität, dieses Roboter. Und da gehört auch mal ein schiefer Ton dazu. Oder scheiß drauf. Ist egal. Hauptsache, es kommt rüber. Die Message kommt irgendwie rüber. Und du kannst dich irgendwie so exportieren ins Publikum. Okay. Jetzt haben wir in unserer Laufbahn oder in unserer Karrierezeit schon einige extrem drastische Veränderungen im Business miterlebt. Von den glorreichen 80ern, wo Geld keine Rolle spielte und Videos für eine halbe Million gedreht wurden und was weiß ich. Ein Wahnsinn. Ein bisschen zur, zumindest Bankrotterklärung. Wenn du Coachings machst und junge Künstler betreust, abgesehen von dem gesanglichen Unterricht, was gibst du denen für Tipps, wie sie in Zukunft überleben können? Lernt was Anständiges. Hört auf eure Eltern. Ja, ich habe eine ganz tolle Künstlerin, die gerade ihren Doktor in Onkologie, nicht Onkologie, wie heißt denn das? Wie heißt denn das? Ach, die Onkologie. Biomolekularwissenschaften, irgend so ein Dreck, ja. Irgendwie so was ganz Tolles. Ganz toll. Und die hat ihren Doktor gemacht, die ist wahnsinnig schlau. Aber sie liebt es zu singen und sie liebt ihre eigene Musik auszumachen. Und sie wollte nun alles aufgeben und ein Star werden. Es ist ja in Ordnung, dass du das möchtest. Ja, das finde ich gut. Aber du musst irgendwie die Rente, die Miete bezeichnen. Die Miete. Pay the rent, you know. You gotta pay the rent, nicht wegen Rente. Du musst, sieh zu, dass du irgendwie einen Job, irgendwas hast, womit du ganz gut leben kannst, was dir am besten noch Spaß macht. Und wo du ein bisschen Zeit hast, dich natürlich noch um die Musik zu kümmern. Weil die, da jetzt zur Zeit, also für Leute, die jetzt nicht von der Plattenfirma geschickt werden, die ich coache, die jetzt schon einen Deal haben, sondern die, die eben halt noch keinen Deal haben, die sich auch gerade erst entdeckt haben oder die erst seit zwei, drei Jahren Musik machen oder so, ne. Da kann ich immer nur sagen, ihr nehmt euch ganz viel Existenzangst, wenn ihr wenigstens noch irgendwie einen Job habt, damit ihr eure monatlichen Kosten wenigstens irgendwie rüberkriegt, ne. Und ansonsten, ähm, äh, kauft euch die Zeit, in der ihr Musik machen könnt. Also indem ihr, ne, so. Weil du musst ja, das ist ja nun mal so, du brauchst, du brauchst ein Dach über den Kopf, du brauchst irgendwie noch was zu essen und, ähm, äh, das muss irgendwo herkommen. Also, äh, ich finde es aber auch toll, wenn jemand, ähm, da voll aufs Ganze geht und sagt, ich probiere das jetzt mal ein Jahr lang. Ich kriege das irgendwie hin. Ein Jahr lang will ich das jetzt mal probieren und mal gucken. Sag ich, ja, mach das, sammle deine Erfahrung, aber ich weiß eigentlich schon, was dabei rauskommt. Aber trotzdem, es fallen immer noch mal wieder welche durchs Raster, wo es wirklich funktioniert und die, die, die da Gas geben. Ich weiß nicht, wie das so in Deutschland funktioniert, das eher schleppend, so etwas, ja. Es wird, wie gesagt, es wird nicht unterstützt, es wird nicht wirklich unterstützt hier in Deutschland, sondern es wird eher draufgehauen, ja. Aber ich sag immer, geh den Weg, den du fühlst, ne, und wenn du sagst, ich geb, ich geb hier jetzt alles, ich mach alles, ja gut, tu es. Ich werd dir gerne dabei helfen, aber ich kann dir nur sagen, ähm, es gibt auch viele, ich, ich, ich versuch das neutral zu halten. Also ich bin nicht, ja, toll, mach das, super, du bist eine tolle Sängerin, na la la la. Oder, oder sag, nee, also das kannst du vergessen heutzutage, da kommst du sowieso noch um. Also ich bin so, ich befinde mich eher in der Mitte, sag, ja, geil, mach das, super, aber nimm dir irgendeinen Job, damit du wenigstens noch irgendwie, dass du keine Existenzängste kriegst. Weil Existenzangst ist für die Kreativität meistens Gift, ne, das ist irgendwie so, oh, scheiße, wie soll ich das was machen? Und das Allerwichtigste, Erfahrung sammeln. Geh auf die Bühne, versuch Open Sessions, geh, stell dich da hin, sing und lern deine, hol dir deine Erfahrung. Das ist, das ist total das Wichtigste, finde ich, Erfahrung sammeln. Und wenn die, was meinst du, wie viele bei mir waren, die dann irgendwie mich gefragt haben, soll ich bei diesen Castingshows nicht mal mitmachen, soll ich mich nicht mal bei ProSieben bewerben oder bei DSDS und so, als das alles aufkam. Und bei DSDS haben wir natürlich gleich gesagt, nein. Und, aber ich, ich bin da drüber gegangen, gewechselt zu, wenn sie wirklich jung sind, ist okay, kannst du machen, ist eine Erfahrung, aber, ne, ich musste auch viele Tränen trocken wischen, wenn es da nicht funktioniert hat. Und da habe ich versucht, sie eben halt auch immer darauf vorzubereiten, gerade, wenn sie so zu Castingshows gegangen sind, ihnen klarzumachen, worum es da eigentlich geht. Nämlich nicht unbedingt die, das Talent. Nee, es geht nicht, es geht ja, also für mich überhaupt nicht um Stimme oder Talent, es geht um das Format. Und es geht darum, Publishing Rides einzufahren mit Kohle und die, die jeweiligen Tonträger der in der Jury befindlichen Künstler. Zubladen, ganz genau. Ist das ein Casting für die Promoten? Ganz genau, so ist es. Ich finde es eh überraschend genug, also international ist die Quote ein bisschen besser als in Deutschland, glaube ich. Also in Deutschland, wer hat sich gehalten von irgend, ich kenne, also ich muss gestehen, ich habe DSDS eine einzige Folge geguckt. Und zwar aus der allerersten Staffel, als Daniel Kübelböck seinerzeit My Way intonierte und der Kommentar von Dieter Bullen war, hey Daniel, du kannst singen. Daniel Kübelböck. In dem Moment war mir klar, dass jede Sekunde, die ich dort verbringe, absolute Zeitverschwendung ist. Es ist reine Unterhaltung und es ist irgendwie, es ist reine Unterhaltung. Es ist auch ein bisschen schade, das sage ich jetzt mal provokant, dass Denunzieren ein bisschen salonfähig gemacht wurde. Ganz genau, das Bashing, das Bashing ist, die haben die höchsten Einschaltquoten, wenn sie diese Sachen zusammenschneiden und wo diese peinlichen, diese Fremdschämengeschichten passieren. Das sind die höchsten Einschaltquoten. Warum meinst du, haben die nur noch so wenig Live-Sendungen auch gehabt, auch in den letzten Jahren? Das kostet wahnsinnig viel Geld, aber die Einschaltquote war immer so okay, aber es war, deswegen haben sie das alles, das ist ja ein Thema für sich. Aber mich hat auch da beim Coaching immer das Psychologische auch sehr interessiert, weil ich musste ja vor allen Dingen, die Künstler da, musste ich immer irgendwie eher darauf vorbereiten, dass sie verlieren. Das kann ja nur einer gewinnen und selbst der hat dann eine Halbwertszeit von Bio-Joghurt. Beatrice Egli ist nun ein Beispiel, die hat sich gehalten und die arbeitet wirklich sehr viel dafür. Und das macht sie mit einer wahnsinnigen Energie, sie haut alles da rein. Und dann gab es noch hier den Dingens, den ich sehe ihn vor mir. Der allererste, der Musical-Darsteller, Klafs, oder wie heißt der? Klafs? Alexander Klafs, ganz genau. Take me tonight, anything is possible. Da habe ich schon damals die Chöre, ich habe diese ganzen DS-DS-Geschichten gesungen. Die Alben, die danach kamen und bei den meisten Künstlern eben halt, das wurde dann später ein bisschen anders. Weil alles, was Dieter Bohlen dann produziert hat, da war ich meistens auch mit drauf. Und ich habe auch diese ganzen High-Playbacks und so, das haben wir ja alles eingesungen. Und was sie dann in den Live-Shows oder auch in den anderen Shows, in den, was weiß ich, wenn sie da irgendwie, wir waren damals auf dem Malediven und so, das ist auch alles irgendwie, ist alles okay. Aber ansonsten, die Leute darauf vorbereiten, egal wie alt sie sind, dass, wenn sie meinen, dass sie mit 38 oder mit 40 auf einmal jetzt Schlagersängerin werden wollen, zum Beispiel, da hatte ich auch jemanden, der echt dann gesagt hat, du, das wird schwer, das wird schwer. Aber mach es, versuch es, ja. Hau alles rein, was du kannst, aber ich kann eben halt nur versuchen, sie zu schützen, auch mit Tatsachen zu schützen, dass ich eben halt nicht nur das Positive erzähle und sie aufbaue, sondern ihr müsst auch ein bisschen realistisch bleiben. Und was ist eigentlich möglich und wie kann man heutzutage überhaupt noch mit Musik Geld verdienen? Das ist ja die Quintessenz. Also früher hat es ja, also ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen, hat es ja gereicht, fleißig zu üben, professionell vorbereitet zu sein, pünktlich zum Gig zu kommen und dann bist du über Mundpropaganda weitergereicht worden. Aber heute musst du Manager, Videoregisseur, Marketing-Promoter, Künstler, Seitdem, du musst alles machen. Alles. Und es ist schon, und kein, es gibt, es gibt keinerlei Mechanismen mehr, die... Garanten sind. Ja, Garanten gab es ja, wenn man ehrlich ist, nie. Aber es gab, du wusstest zum Beispiel, wenn du eine geile Live-Band bist und wenn du ehrlich zu dir selber bist und sagst, oh, die haben wir heute Abend in Cuxhaven, die haben wir gekriegt. Wenn wir in einem halben Jahr wieder oder ein Dreivierteljahr wiederkommen, dann kommen 70 Prozent der Leute wieder und bringen jemanden mit, weil sie sagen, das musst du gesehen haben. Und heute, das Publikum hat sich aber teilweise so verändert, dass die sagen, ja, Umbau, super, habe ich gesehen, geil, witziger Typ, CD habe ich auch gekauft. Nochmal hingehen? Wieso? Habe ich doch schon gesehen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel finde, in der Wahrnehmung des Publikums oder im Verhalten des Publikums ändert. Und natürlich durch die aktuelle Situation wird es schwierig, eine Live-Karriere überhaupt als junger Musiker anzustreben. Im Moment ist das alles Quatsch. Also es ist alles durcheinander. Liebe Anja, ich habe eine Frage völlig abseits aus dem Off. Jawohl. Und zwar möchte ich deine Meinung hören zu der Fortsetzung der Star-Trek-Geschichte von Jean-Luc Picard. Ja, ja. Du hast ja diesen phänomenalen Song geschrieben, Ich bin verknallt in Jean-Luc Picard. Ich bin verknallt in Jean-Luc Picard. Ach, teilig. Und den Bass hast du auch immer so schön gespielt dann. Mit den Frettlers, oh mein Gott. Ja, das ist so toll. Ja, und hast du, die ist jetzt ja auch schon länger online, die Picard, hast du gesehen? Bist du zufrieden oder ist er da zu alt mittlerweile? Nein, nein, das finde ich überhaupt nicht. Patrick Stewart ist, nö, der ist gesetzt, den finde ich, das ist halt Jean-Luc, das ist alles gut. Ich habe darauf hingezittert irgendwie, habe dann endlich dann die erste und die zweite Folge habe ich mir auch noch angeguckt und dann bin ich davon abgekommen. Ich habe es noch nicht zu Ende geguckt. Don't tell me. Ja, also weil irgendwie, es fand dann irgendwie, weiß ich auch nicht, fand zu wenig Jean-Luc statt oder irgendwie, irgendwas hat mich mehr gereizt. Ich weiß, weiß ich, keine Ahnung. Ich habe es nicht zu Ende geguckt. Du erinnerst mich an etwas, das muss ich unbedingt gucken, ja. Ja, also ich... Wie fandst du das? Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten auch, weil natürlich, und ich liebe Patrick Stewart und ich gucke ja auch immer nur in Originalversionen, weil sein Shakespearean English... Lovely, isn't it? So lovely. Ja, eine Idee ist es. Und dann hat er auch noch diese, hat er auch so einen Bass drinnen, herrlich. Ich habe dir auch mal diese Sonnets vorgelesen jetzt. Ich weiß nicht, ob du das auf Instagram oder auf Facebook gesehen hast. Sonnet number 15. Und dann sitzt er da in seinem Sessel und liest irgendwelche Sonnets. Schickst mir Sonnets, ja. Ja, herrlich. Ja, absolut. Aber ich glaube, dass, also für so ein Action, also da habe ich echt ein bisschen zu kämpfen damit, auch wenn ich so Altstars oder Arnold Schwarzenegger mittlerweile als Actionhero sehe, wo ich denke, okay, die Stones, die Stones auf der Bühne ist schon, wo du denkst, ich bin ja happy, das heißt, ich habe noch eine Perspektive. Ja, ja. Aber Actionhelden, die dann sich den 80ern nähern oder den 70ern und... Das ist ein hartes Brot, oder? Die armen Jungs, oder? Das ist ein hartes Brot. Ja, es klingt aber auch nicht so wirklich überzeugend mehr. Dann lieber so wie Morgan Freeman, der irgendwie, der kann ja alt werden, wie er, na, ist ja schon alt, ne, aber der dann noch älter wird und der eben halt immer diesen Weisen, diesen Weisen-Touch hat, der muss nicht irgendwie mit einer Gun rumlaufen. Aber das ist schon, das ist schon schwierig, das stimmt. Aber es ist, ich, ich, es kommt ja jetzt irgendwann, glaube ich, die zweite Staffel raus. Ich werde es auf alle Fälle gut nehmen, ich bin, ich bin ein Trekkie. Weißt du, ich werde das heute noch gucken, ich werde es, ich habe mich irgendwie ein bisschen ablenken lassen in der letzten Zeit. Ich finde, ich finde, die Signation, die Titelmelodie, die hat mich so... Normalerweise, wenn du eine Serie auf Amazon oder so guckst oder auf DVD, dann skippst du ja immer das Intro. Ich habe immer das Intro von Picard, weil das ist so mit einem, das ist so eine wunderschöne, zarte Melodie. Du meinst das nicht von Next Generation, sondern von Picard? Von Picard. Du musst hören, das ist so... Ja. Berührt mich zutiefst. Ja, ja. Okay, das heißt, die Frage ging dann ins Leere, wenn du es natürlich... Von wegen Star Trek und so, ne? Also ich bin, ich bin nicht mehr ganz so, ich war ja immer ein Trekkie und witzigerweise, Christoph Leist-Bendorf ist auch ein totaler Trekkie. Und der hat nämlich Picard vor mir geguckt und, weil ich kam irgendwie nicht hinterher, weil, wie gesagt, privat bei mir, letztes Jahr haben mein Papa gestorben. Und das ist, ich hatte einfach, mein Weltall war woanders. Und er hat das geguckt und dann hat er mir natürlich schon so eine Review gegeben und gesagt, ja, na ja. Und so, wir sind auch, wir sind auch zusammen ins Kino vor Jahren irgendwie, als dann der erste Film wieder rauskam, da sind wir dann zusammen hingegangen und so, so ein bisschen hier mit meinem kleinen Trekkie-Communicator und sowas hingegangen. Und ich glaube, er hatte sogar seinen Anzug an, das ist gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er mir vorher dann schon so ein bisschen gesagt, ja, wie er so war und so. Und dann habe ich so ein bisschen, dachte ich, okay, gut, du guckst es an, aber irgendwie weißt du ja eigentlich schon, das ist nicht so, das ist okay. Aber es ist jetzt nicht so sensationell. Und dann dachte ich, okay, gut, ne, ich... Also Star Trek Discovery, hast du Discovery geguckt? Star Trek Discovery? Das hat mir nicht so irgendwie, aber oft ist es ja so, dass man sich reingucken muss, aber ich, die Zeit habe ich denen nicht gegeben. Was ich nicht geguckt habe, war Deep Space Nine, das hat mich überhaupt nicht gepackt. Nee, 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 Deep Space Nine fand ich auch nicht so doll. Da waren so ein paar Figuren, Udo, oder wie der hieß, nicht Udo, oder Odo, Odo hieß er. Udo Jürgens, Udo Jürgens war der Chefkommandant von Deep Space Nine. Da waren so ein paar Characters, die ich auch ganz geil fand irgendwie, aber Next Generation war einfach... Ja, und natürlich die Anfangs-Interpreis, Raubschiffe Enterprise war natürlich auch... Ja, und, sorry, Voyager, Seven of Nine. Ja, ich weiß, die Jungs standen alle auf Seven of Nine. Ja, ist logisch, ist klar, ist klar. Ja, aber auch die Halbklingonin, ich konnte mich nie entscheiden, Belana Torres. Belana Torres. Entweder Halbklingonin oder Halbborn. Also, als Mann hast du in beiden Fällen nichts zu lachen, ja, das ist in beiden Fällen mega anstrengend, glaube ich, aber, ja, anyway. Aber ich bin immer noch interessiert natürlich, und ich liebe das immer noch, und ich liebe auch so... Wir unterhalten uns beim nächsten persönlichen Treffen über die Detailkritik zu Picard. Ja, ich werde es jetzt gucken. Gut. Anja, eine Frage habe ich noch, Besatz 2, die erste ist die, die ich gerne stelle, ist, hast du in den letzten eineinhalb Jahren... Danke, also dann zur nächsten Frage. Hast du in dieser Ausnahmesituation und in der Zeit, in der wir uns befinden, gab es was total Überraschendes, was du über dich selbst gelernt hast? Ja, ich glaube schon. Ich liebe es ja, auf der Bühne zu stehen. Ich bin ja eine Frontfresse. Ich habe das immer geliebt. Und ich liebe das auch noch. Aber ich habe mich darüber gewundert, wie wenig ich das vermisst habe. Ich habe, wie gesagt, vielleicht auch geschuldet dem, dass ich immer privat so viele Umstellungen hatte durch meine Eltern. Und ich war super froh, dass ich nicht wegfahren musste. Ich war super froh, zu Hause zu sein. Ich habe auch nie so Angst gehabt, dass das irgendwie nicht mehr weitergeht oder so. Ich dachte, das passiert immer irgendwas. Es passiert irgendwas. Also mein Gottvertrauen oder mein Vertrauen ans Universum oder wie auch immer, ist eher noch gestärkt worden. Das hat mich vielleicht überrascht. Und es hat mich überrascht, dass ich das nicht so vermisst habe, nicht auf der Bühne zu stehen. Ich habe es genossen, mich um meine Sachen zu kümmern. Und nicht nur immer, weil ich kümmere mich ja dann auch immer gleich um die ganze Band oder, ne, also nicht nur, sondern habe auch kurzzeitig agenturmäßig gearbeitet, so kurz vor dem Covid irgendwie Wahnsinn. Und das hat mich überrascht. Und das fand ich aber auch okay, fand ich interessant, diesen Zug bei mir jetzt zu sehen. Ich habe jetzt ein paar Auftritte jetzt schon wieder gemacht. Und das bringt natürlich nach wie vor total Spaß. Ich hatte schon Angst, oh mein Gott, nicht, dass ich auch immer nicht mehr auftreten will oder sowas. Überhaupt nicht. Aber ich habe die Zeit wirklich, für mich hat Correga Tabs eine, die positivste Begleiterscheinung mit Corona war für mich, dass ich tatsächlich mehr Zeit für meine Familie hatte. Und da war ich ganz froh drüber, dass ich gar nicht los musste. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Also ich, das war für mich, das war das letzte Jahr meines Vaters, ne, 20 so. Und erst Anfang 2020 wurde das, wurde seine Krankheit immer schlimmer. Und ich war, ich konnte ihn begleiten. Ich konnte ihn die ganze Zeit begleiten, ihn und auch meine Mutter. Und bis in den Tod, bis an seinem, ich habe sogar, ich wusste sogar, wann er stirbt. Also das kann mir jetzt auch einer nicht glauben. Aber es ist, ich habe, ich bin wochenlang, monatelang bin ich aufgewacht um eine bestimmte Uhrzeit. Und da war ich mir sicher, da wird er sterben. Und irgendwie dachte ich, was ist denn das? Wieso wärst du immer um zehn vor vier wach? Was soll das? Mitten in der Nacht dachte ich, naja, oh Gott, hoffentlich heißt es nicht. Und das ist mein Vater und bla bla bla. Ich habe mich sehr viel mit dem Sterben beschäftigt und mit diesen Phasen des Sterbens. Und tatsächlich war es dann so, das hat er mich natürlich trotzdem überrascht. Es war dann nicht zehn vor vier nachts, sondern es war zehn vor vier am Tag. Und da ist er dann tatsächlich um zehn vor vier verstorben. Und wir waren an seinem, wir waren an seinem Bett, wir haben seine Hand gehalten, wir waren bei ihm. Und das war super traurig natürlich, aber es war auch so eine, diese Erlösung war so spürbar. Und das, ich musste lächeln, weil ich spürte, wie er auf einmal frei war. Und er wollte nicht gehen. Er war immer ein Kämpfer, mein Vater war ein Löwe und er wollte partout nicht weg. Aber sein Körper hat einfach schlapp gemacht, das ging nicht. Und ich bin danach in seinen geliebten Garten gegangen und spürte diese Freiheit. Und das war so, also es sind so, das hat mich, mich hat das sehr beschäftigt in der Zeit von Corona. Ich, diese ganzen, ich hatte keine Angst. Ich hatte keine Angst in der Zeit. Ich war schon irgendwie so, was kommt da denn auf uns zu? Und auf einmal diese ganzen Science Fictions, die du gesehen hast bei Netflix und Co. Auf einmal wird das wahrheitend. Und auf einmal ist die Menschheit bedroht. Und wie weit geht das jetzt? Und wie, wie, sterben wir jetzt auf einmal alle? Also war schon so, aber ich hatte irgendwie keine Angst. Und ich habe die Zeit für mich genutzt und für meine Familie und um herauszufinden und zu entdecken, was für mich das Wichtigste in meinem Leben ist. Das ist ganz, ganz, ganz weit oben steht die Familie. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Und gleichzeitig fällt mir wieder auf, wie schon so oft, dass wir in unserem Kulturkreis mit dem Sterben ein Problem haben. Wir haben mit dem Toten ein Problem. Das, was du beschreibst, das ist eigentlich der Weg. Du begleitest deine, wenn möglich, du begleitest die in den Tod. Und für viele ist es auch dann eine Erlösung oder eine der Übergang. Also diese wahnsinnigen Unfälle oder sowas. Das ist natürlich immer schrecklich, wenn es auch so fortkommt. Aber wir haben, wir haben generell ist Tod und Sterben so ein tabuisiertes Thema. Und das ist natürlich auch, weil den Menschen, und ich rede jetzt nicht von einem traditionellen Glauben, aber weil den Menschen generell so ein bisschen der Glaube an ein Afterlife abhandengekommen ist. Dann ist Schluss. Dann ist alles schwarz. Dann ist alles Schluss. Das glaube ich einfach nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber mein Weltbild ist noch nicht bis ins letzte Detail zu Ende gedacht und würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Ich habe noch eine abschließende Frage, liebe Anja. Erstens, wann sehen wir uns wieder? Zweitens. Ich hoffe bald. Ja, und zweitens, wobei du hast vieles davon jetzt eh schon angesprochen. Wie ist deine Vision, wie die Zukunft aussieht, die Welt danach? Und für dich persönlich und vielleicht auch gesellschaftlich gesehen? Wie ist es? Also, ich habe letztes Jahr, war mir schon klar, dass diese Impfung kommt und dass wir da nicht dran vorbei können. Und das musikalisch jetzt auch, dass die Auftritte, deswegen habe ich auch Soforthilfe irgendwie beantragt, obwohl ich gar nicht wusste, ob ich das wirklich brauche oder nicht. Weil ich dachte, du musst dir jetzt erst mal was holen, weil du weißt ja gar nicht, wie das jetzt ausgeht. Was passiert denn jetzt? Was bricht jetzt auch die Plattenbranche? Bricht das jetzt alles komplett zusammen? Was geht da ab? Aber mir war klar, dass zum Beispiel die Live-Auftritte und die Kunst noch lange darunter leiden wird. Und das war mir auch klar, also jetzt 21, dass hier noch nichts stattfindet. Wir hatten dazu, wir haben im Oktober 2019 The Queens, wir haben eine Band zusammengestellt. Ich habe dich damals, weißt du noch, ich habe dich ja auch noch gefragt. Und wir hatten dann ja den Dan Rasmussen aus Dänemark, hatten wir dann genommen. Und weil der einfach gerade Vabiel war. Und auch näher dran ist an Hamburg. Ja, und der hatte seine Freundin, unsere damalige Beauftragte, die sich da einfach so ein bisschen darum kümmern sollte. Das war eben halt ihr Freund und er ist auch ein hervorragender Bassist und kommt auch aus dem Jazz mehr. Und wir haben tolle Bands zusammengestellt und wir waren auch geil und wir machen Showcase und dann bedrehen wir dann das Video. Und das haben wir doch auch alles gemacht, war ein ganz tolles Club-Konzert und alle waren begeistert und es war alles geil. Und diesen Hype wollte ich dann so mitnehmen in 2020 und dann, wenn das Video fertig ist und dann gehen wir richtig schön in Werbung und dann machen wir endlich unsere CD, wo wir auch unsere eigenen Sachen machen. Und Peter Hoffmann hier, der Tokio Hotel Erfinder, der sagte auch schon, wir müssen unbedingt was machen. Es war alles ganz, boah, ja geil, 2020, das wird unser Jahr. Und dann kommt diese Scheiße und es ist alles liegen geblieben. Und ich habe auch 2020 gesagt, Leute, es hat überhaupt keinen Sinn jetzt irgendwie in irgendeiner Form jetzt in die Promotion zu gehen. Wir können sowieso nicht auftreten und wir müssen live auftreten. Das muss live geschehen. Und 2021 wird auch noch sehr, sehr haarig und macht da jetzt deswegen auch noch nichts. Guck mal jetzt, glimse mal so in 2022, aber ich glaube, es wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bis wir uns alle berappeln und wissen, was wir tun können und was machbar ist. Das heißt, 2G-Regelung für Konzerte, dieses Musiker, die nicht geimpft sind, können gar nicht auf die Bühne und so diese Unterschiede und so, egal ob das Sinn macht oder nicht. Diese Spaltung der Gesellschaft ist ja ganz klar spürbar. Und da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber der Mensch ist ein Gewöhnungstier und da werden wir uns auch irgendwann dran gewöhnen. Entschuldige, wenn ich jetzt so ein bisschen, möchtest du dich an die Spaltung gewöhnen? Nein, ich möchte mich nicht an die Spaltung, nein. Okay. Nein, wir werden uns... Okay. Hey, dann müssen wir uns dran gewöhnen, dass wir gespaltet sind. Nein, 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 das meine ich so nicht mehr, um Gottes willen. Genau. Bild-Zeitung, Überschrift, ich will mich an die Spaltung, nein, 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 überhaupt nicht. Ich bin ja nun auch mit einem, das geht ja in die Richtung Rassismus schon, das geht ja da in die Richtung. Also auch da sind die gleichen Mechanismen, der eine ist geimpft, der andere nicht. Ich bin mit einem Afrikaner verheiratet und der tagtäglich wirklich Rassismus erlebt, obwohl er promoviert ist, doppelter Doktor und so. Und er wird immer als Flüchtling gesehen, weil er ist schwarz, muss er auch ein Flüchtling sein. Und diese ganze, und deswegen, und auch dieses geimpft, nicht geimpft, genesen, überhaupt, wie lange ist man denn genesen? Hat das irgendjemand schon gesagt? Wie lange darf ich denn genesend sein, um da irgendwo reinzukommen? Ja, gut, da brauchen wir jetzt gar nicht einsteigen, weil sonst wird... Das wissen wir alles noch nicht. Wir sind alle Versuchskaninchen, also die, die sich geimpft haben lassen. Wie gesagt, vielleicht liegen wir in fünf Jahren tot dann nieder, weil unser Immunsystem komplett überschrieben ist mit irgendwelchen komischen Informationen, die zwar das Covid vielleicht ein bisschen geringer machen, aber alles andere hochpushen. I don't know. Ich vertraue, ich vertraue, dass es gut weitergeht, aber ich glaube auch, dass wir uns an diese Krisensituationen... Wir haben es ja auch schon ein bisschen dran gewöhnt, an diese Krisensituationen. Man ist ja cooler geworden. Am Anfang hatte man noch so, was ist denn da, was geht ab? Aber wir werden da schon was draus machen. Ich bleibe da positiv. Ich bleibe positiv. Sehr gut. Ich bleibe positiv und glaube an das Gute und ich glaube auch daran, dass die Musik ganz, ganz wichtig bleiben wird für alle Menschen. Für die Musiker selber, aber vor allen Dingen auch für die da draußen und die dann auch diese doofen Leute, die dann sagen, ja mei, wenn er dann halt nicht mit Musik nichts mehr verdienen kann, dann muss er halt mal was sonst ständiges lernen oder irgendwas sonst ständiges machen. Schlimm, schlimm, schlimm. Ich habe mich schon zum Pole-Dance-Kurs angemeldet. Du, das kann ich ja auf der Bühne. Ja, ja. Scham. Why not? So ältere, bärtige Herren, die sich lastiv um die Polstange schlingen und die Seniorinnen im Ruhe-Sanft-Altersheim richtig ausrasten, wenn Umbo in seinem Fein-Rib-String-Tanga kommt. Oh Baby, du wirst immer sexy bleiben. Da brauchst du noch nicht mal Pole-Dancen machen. Also es ist so. Danke, ich liebe dich. Liebe Anja, ich hoffe... Dass sich das einer anguckt. Ich hoffe, dass einer bis hierher guckt. Ich habe das Gespräch jedenfalls sehr genossen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Super gerne. Ich drücke dich und bis zum nächsten Mal, okay? Alles wird gut. Ich glaube dran. So naiv ich bin. Ich auch. So, über diese Ausgabe habe ich mich selber sehr gefreut, weil ich Anja extrem mag. Der Pretty in Pink und wir uns schon ganz lange nicht mehr gesehen haben. Wer sich für Anjas Aktivitäten interessiert, die Links habe ich in der Videobeschreibung eingebettet. Und darüber hinaus solltet ihr natürlich als pflichtbewusste Zuhörer abonnieren, kommentieren, liken und im Idealfall auch noch die Glocke läuten. Damit ihr nichts versäumt, wenn ich irgendwas von meinem Kokolores online stelle. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt wachsam und gesund. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.